Herzlich Willkommen bei F21 BAU TV. Die Bildqualität ist nicht überragend, aber ich glaube, man kann genug erkennen. Wichtig ist die Aussage D6 wurde begonnen. Also hier das erste Element in der Schwindgasse, das bis zum Rand führt. Ich zoome noch ein bisschen rein. Auf der Webcam kann man es ja auch ein bisschen erkennen. Bei diesen regentropften Scheiben kann ich jetzt leider nicht viel bessere Qualität liefern. Und ich sage schon mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay Leute, das ist jetzt die Makrofunktion. So sieht die Scheibe aus. Bis zum nächsten Mal.